hallo ihr lieben ihr seht schon heute gibt es wieder eine leinwand und ihr seht da schon die struktur paste und eine maske darum liegen ich habe eine inspiration ich habe leider nicht mehr den namen sonst würde ich ihn hier verlinken ich habe nur ein screenshot und da geht der name nicht daraus hervor die inspiration kam aus tik tok da hat jemand gemacht meins sieht jetzt tatsächlich ein bisschen anders aus aber zumindest die inspiration kam von tik tok und ich habe alles drinnen gelassen soweit und habe dann einfach nur jetzt das tempo ein bisschen hochgezogen damit ihr trotzdem seht was ich mache und dementsprechend dann dem hoffentlich auch ein bisschen folgen könnt ihr seht also ich habe halt ganz viel mit strukturpaste gearbeitet habe da also das ganze so ein bisschen auch die maske dann darauf fixiert damit das halt dann eben nicht runter fällt ich habe also hier viel auch mit unterschiedlichen strukturen gearbeitet wie es ja schon im titel steht und fand das irgendwie sehr sehr schön dass da einfach so ein bisschen leben dann auf dem bild herrscht ich bin gespannt was ihr sagt vielleicht schreibt da einfach gerne einen kommentar wie es euch gefällt ob ihr vielleicht noch eine idee habt wie man es noch mal anders machen kann die idee selber die inspiration die habe ich ja von tik tok und dort wurde hauptsächlich mit schwarz und gold auch gearbeitet beziehungsweise auch mit einem spiegelbild und also mit dem spiegel selber und dann eben mit so einer krackelierpaste und ich glaube dass das eine sehr schöne auch ist aber irgendwie ich bin ja oft wenn mich so also es gibt ja einige wo ich immer wieder ob es jetzt auf etsy oder auf instagram oder so wo mir einfach wenn ich sachen schön finden oder so dann sind es halt oft sehr farbenfrohe sachen und das habe ich zum beispiel auf instagram dann wird immer dann macht eine sehr viel mit trockenblumen sie ist glaube ich eher der fan von trockenblume beige farblos und ist auch nichts gegen zu sagen dass ich mag es halt gerne farbenfroh und dadurch ist es für mich natürlich dann wohl wenn ich dann immer sage gefällt mir nicht ganz und diejenige die schreibt dann in der regel auch ich kann es dir auch farbig machen und das finde ich immer total toll also das ist so der vorteil von diesen kleinen unternehmen die halt so ihre ihr hobby oder so zum beruf gemacht haben und gerade wenn man bei etsy bestellt ist es oft so dass es dann halt mit so viel liebe eingepackt wird ihr glaubt das nicht und eben halt auf instagram diejenige die dort ihre sachen verkauft die trockenblumen gestecke und ich liebe sie halt unglaublich sehr ich mag ihren stil sehr den sie macht gibt bestimmt auch sachen die mir nicht gefallen das ist aber auch okay sie macht halt auch viel so eine brautsträuße kann ich jetzt nichts mit anfangen kennt jeder und dadurch habe ich dann eben natürlich auch sachen die mir nicht gefallen aber auch von den brautsträußen muss ich sagen da gibt es natürlich welche die gefallen mir unglaublich gut die sind halt aber dann eben auch sehr farbenfroh und wie gesagt deswegen ist die inspiration um auf den punkt wieder zurück zu kommen ist mir halt das ganze ein bisschen farblich viel viel lieber gewesen und da ich eben auch mit gold gearbeitet habe habe ich mich dann für einen rosa pinkton entschieden mit unterschiedlichen und ich bin wer mich auch schon länger verfolgt jetzt nicht unbedingt dieser rosa typ und aber trotzdem fand ich es für das werk jetzt einfach sehr sehr passend und masken sind natürlich auch ein symbol letztendlich man versteckt sich oft hinter sachen und kommt immer wieder mit menschen in verbindung die einfach sich hinter etwas verstecken oder die einfach nicht echt sind und das finde ich natürlich immer sehr sehr schade jetzt immer sehr gerne mit ehrlichkeit da versucht und habe jetzt letztens erst jemanden habt ja nicht mit transparenz gepunktet hat bei mir finde ich immer sehr sehr schade hätte ich mir sehr gerne anders gewünscht werde ich dem ihnen natürlich auch noch mal sagen dafür müssen sich aber ein paar sachen geklärt haben damit ich dann dort meine transparenz wieder walten lassen kann aktuell darf ich es noch nicht und da warte ich jetzt einfach drauf ja und ansonsten genau ihr seht ich arbeite hier mit ganz vielen strukturen und freue mich da da mache ich jetzt gerade die grundierung für die krakelierpaste die es von etter art ich glaube so wird gesagt ich bin mir nicht ganz sicher ich bin bei so sachen wo die aussprache nicht ganz klar ist bin ich immer sehr unsicher ob sie jetzt so richtig ist oder nicht und genau und da habe ich jetzt eben die grundierung drauf gemacht damit diese krakelierpaste dieses aufbrechen und dort so eine strukturen schaffen halt auch gut hervorkommt und ich fand die farbe jetzt auch ganz gut passend das ist so ein beige-grau-beige und hat auch sehr gut funktioniert ansonsten wer meinen kanal schon so ein bisschen kennt der weiß was jetzt so ein bisschen kommt dadurch da ich ja einfach ein bisschen mache hier werde ich da jetzt einfach noch mal was zu sagen ich habe ja damals mit dem kanal angefangen 2017 wo ich das erste mal was hochgeladen habe nämlich mit musik der kanal hat also seinen ursprung so wie er auch heißt nämlich musik ich habe damals angefangen auf der fette la musik 2017 da war ich dann das erste mal letztendlich bei jemandem zu so einem konzert zum auftritt von einer band sind in der regel wo ich hingehe sehr kleine locations die ich aber einfach sehr sehr schön finde weil es einfach dadurch ein viel familiäres vergnügen dann ist da zu sein und mittlerweile die locations wo ich halt immer hingehe die kennen mich mittlerweile die sind einfach wunderschön und freue mich dann immer wenn ich dort bin und genau damit ging es letztendlich los dann ging es über andere kleine sachen los dann habe ich auch andere bands mal besucht was eben auch sehr sehr schön war dass ich da einfach mittlerweile so viele bands kenne die bands kennen mich die bands freuen sich in der regel immer wenn ich da bin ich filme die auftritte in der regel je nachdem wie gut es machbar ist wenn es wirklich sehr voll ist dann macht sich es natürlich schwierig und freue mich dann aber eben einfach über einen schönen abend und meistens gehe ich wirklich alleine hin was aber auch okay ist weil ich da einfach so ein bisschen mich weniger an anderen orientieren muss wenn ich gehen will wenn ich stehen will wie gesagt ich sitze relativ viel ich kann nicht so gut stehen ich habe selten bei auftritten dass ich dann stehe oder ähnliches und genau und damit ging es eigentlich los das habe ich auch bis anfang 20 20 gemacht hauptsächlich und dann kam ja corona und dann habe ich mich so ein bisschen aufs basteln eingelassen und durch den lockt haben wir durften ja nicht so doll raus habe ich also dann dementsprechend das ganze mit dem basteln angefangen ich glaube mein erstes bastel video waren seifengießen da hatte hier in der nähe einer so die weiß jetzt mit seife mit ich weiß gar nicht wie das heißt so eine duft wachssachen wachssachen die man dann in so eine duftlampe rein machen kann und dann habe ich auch tassen bemalt und müslischalen das waren halt so die ersten sachen und habe mich gefreut dass ich damit auch den laden unterstützen darf der hat eben auch seifen zum beispiel und leider sind die idee weiß jetzt so ziemlich aus diesem laden verschwunden ich finde es sehr schade weil das einfach auch eine wunderschöne art ist dinge zu verschenken oder mal auszuprobieren dort gibt es immer noch die kurse ich bin jetzt aber kein großer fan da irgendwie alleine zu einem kurs zu gehen hätte ich wenn jemand zusammen mit mir hingeht ist das okay aber ich finde es halt manchmal ein bisschen blöd und dementsprechend habe ich da jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel jetzt diesen kontakt dahin und aber so fing es letztendlich an und habe es nicht bereut mittlerweile teste ich viel aus probiere aus habe also so viel spaß mittlerweile daran einfach mal zu machen und ich zeige euch ja sowohl die guten als auch die schlechten sachen auch zumindest aus meinem blickwinkel und ich weiß dass manche sachen nicht so aussehen wie vielleicht andere mit viel viel mehr talent das ganze machen würden aber ich freue mich da immer sehr drüber wenn ich es für meine augen halt schön finde und dann dementsprechend auch bei mir in der wohnung stehen habe ja ich würde euch ja gerne musik unterspielen aber ich habe einfach festgestellt egal welche musik da kommt immer irgendwelche uhrheberrechts sachen selbst wenn ich es irgendwo im internet gefunden habe als freies musik und dementsprechend versuche ich jetzt einfach ein bisschen musik einfach zu ersetzen mit meiner stimme und nein keine angst ich werde nicht singen aber ich finde es natürlich echt schade irgendwie ich habe keine ahnung vielleicht habe ich einfach manche sachen noch nicht ganz so begriffen aber irgendwie das mit der musik verstehe ich tatsache einfach nicht und mich nervt unglaublich wenn man dann irgendwie gefühlt alles fertig macht dann lädt man es bei youtube hoch und auf einmal plötzlich ist es dann halt eben urheberrechtsverletzung und ich muss es dann noch mal machen und musste jetzt eben auch die nachvertonung noch mal machen weil ich sehr eben dementsprechend gerne noch mal dann dementsprechend ja die musik rausnehmen musste und ich will da jetzt nicht einfach stumm irgendwie rein machen ich weiß es nicht und ist halt irgendwie immer sehr schadefähig sollte ich einfach die vögel irgendwie im hintergrund immer aufnehmen die dürften glaube ich hoffentlich keine urheberrechtsverletzungen machen und aber es es gibt einfach sachen auf die man anscheinend achtet und trotzdem falsch macht und aber gut ist vollkommen in ordnung ich sag mal bei den musikvideos habe ich es ja sowieso da ist es halt meistens ehe dass ich dort einfach aufgrund des urhebers halt sowieso also eigentlich geht es ja darum letztendlich dass ich damit dann kein geld verdienen könnte verdiene ich sowieso nicht aber mit der musik mit dem musikvideos sowieso nicht weil es in der regel bis auf vereinzelte bands wo ich halt filme die ihre eigenen sachen haben da passiert das dann halt eben nicht aber wie gesagt es ist ärgerlich es ist einfach ärgerlich und ja ich sag mal so viel erklären kann ich ja meistens jetzt gar nicht zu den ganzen sachen die ich dort mache einfach obwohl ich es ja schon unglaublich viel verlängert habe oder oder besser gesagt schneller gespult habe und aber dementsprechend ja ist immer so ein bisschen schade ich habe jetzt hier wie gesagt mit krackelierpaste das ganze halt versucht so ein bisschen lebendiger auch zu machen mit dem gold und wie gesagt ist relativ viel gold ihr seht ja schon links und rechts da ist es schon mit dem krackelieren jetzt gut gemacht und mir fiel dann irgendwie auf dass ich den effekt halt so gut finde und habe es halt dementsprechend dann versucht da noch mal ein bisschen mit reinzubringen auch gerade um das schwarz diese wuchtigkeit so ein bisschen wegzunehmen irgendwie ging mir das dann so ein bisschen zu viel und und ich fand auch hier unten seht daher so ein grauen fleck das ist so eine art betonmaske maske masse und dadurch wie gesagt sind halt ganz viele verschiedene sachen mit mit bei ich hatte erst noch überlegt ich habe noch eine Deko creme oder wie auch immer sich das schimpft das ganze halt oder modellier creme heißt das jetzt fällt mir ein habe ich dann hatte ich erst noch überlegt ob ich das ganze mit zum eiseffekt noch mit reinnehmen aber ich dachte mir irgendwie den eiseffekt ich glaube der kommt gar nicht so gut rüber jetzt dann den hatte ich ja schon mal auf einem kerzenlicht gemacht und ich fand den effekt sehr sehr schön ich mag den sehr und aber wie gesagt auf der leinwand konnte ich es mir jetzt nicht so richtig vorstellen hätte ich vielleicht hätte ich es jetzt einfach ausprobieren sollen aber habe es dann doch dagegen entschieden ja ich jetzt wurde es dann immer ein bisschen später ich sage mal das war ein größeres projekt ich habe es immer wieder zwischendrin trocknen lassen und also ich habe da schon ein paar tage mit zugebracht einfach durch das trocknen so ganz große projekte für mich habe ich ja nicht so oft dann habe ich eben auch immer mal ein zwei tage nichts gemacht aufgrund dessen weiß dann erst mal wirken lassen wollte ich lasse es ja mal so neben bett liegen zum trocknen weil ich da nicht so rankommen dann an der seite und lass es guckt dann immer so vom bett aus immer noch mal wie sieht es denn aus was könnte jetzt dazu kommen da liegt übrigens aktuell noch so ein leinwand bei mir neben dem bett ich weiß noch nicht ob ich da eine farbe mit rein mache ich bin mir gerade noch nicht ganz hundertprozentig sicher ich finde das ergebnis jetzt schon schön aber ich hatte ja vorhin gesagt dass ich gerne farben haben will und das alles so ein bisschen intensiver und nur überlege ich halt ob ich dort halt einfach ein bisschen farber mit rein bringe weil aktuell wäre ist weiß ganz weiß und das wäre glaube ich weiß ich nicht fehlt mir irgendwie so ein bisschen ich brauche so ein bisschen was was intensives und hier wie gesagt mache ich ja auch ich mache es mit unterschiedlichen rot tönen rot rosa lavendel wie auch immer man sich das schimpft ich habe so ein bisschen geschaut gehabt ich habe ja gefühlt 100.000 farben und hat dann das ganze so ein bisschen geschaut was könnte jetzt passen und hatte mich dann eben bei dem rot eben nee andersrum bei dem gold für das rot entschieden ich hatte auch überlegt ob ich grün nehme weil ich so ein bisschen gerade so den green fable habe und wobei gerade ist ja auch untertrieben ich bin ja so ein fan von petrol das heißt so ein grün blau und ich liebe das ja schon seit jahren ich trage die sachen sehr gerne und bin jetzt eben auch viel im grünen bereich unterwegs und freue mich da eigentlich dass ich da so ein bisschen meine farben erweitert habe ich habe übrigens hier metallik farben genommen also die eigentlich ursprünglich für acrylic pouring nehmen wollte und dann eben wie gesagt als metallik ich finde beim auftragen finde ich super mir hat so ein bisschen im nachhinein ein bisschen was gefehlt nämlich dieses glänzen und dadurch hatte ich dann noch mal versucht mit dem klarlack der klarlack war sowieso so ein bisschen geklant gewesen aufgrund dessen weil mir irgendwann das ganze krackelierte so ein bisschen abgebröckelt ist manchmal und dadurch habe ich dann so ein bisschen mit dem klarlack nochmal drüber gemalt um das ganze zu festigen und dadurch das zeige ich euch dann auch das werde ich aber auch wahrscheinlich nur ganz kurz machen und aber bei den farben dachte ich mir schneide ich jetzt nichts raus und dementsprechend ist das ist dann auch okay und genau hier zeige ich euch nehme ich jetzt den lack den hatte ich jetzt noch der ist glänzend und das ist eigentlich so ein sabberlack falls euch das irgendwie was sagt der ist so ein bisschen für kinderspielzeug auch gedacht also wenn man den anstreicht dann ist das okay dass das dann wenn es getrocknet ist eben auch kinder zum beispiel in mund nehmen können das haben die viel bei irgendwelchen kinderspielzeug eben auch und dementsprechend ja wie gesagt ich zeige es euch auch nur ganz kurz da habe ich jetzt wirklich dann einfach ein bisschen rausgeschnitten weil ich irgendwie man sieht sowieso nicht außer dass ich halt den pinsel führe und mehr aber eben teilt auch nicht und dementsprechend lasse ich da jetzt einfach ein ganzes stück raus ich zeige euch aber ganz zum schluss dann eben wie gesagt das ergebnis ich mag das ergebnis ich finde sehr intensiv gibt bestimmt sachen die man jetzt hätte noch anders machen können ich hatte ja auch überlegt ob ich da noch so ein paar ich habe noch so eine spiegel aufkleber und ob ich die halt noch mal so zum glänzen irgendwie mit rein arbeite aber ich konnte mich dann nicht entscheiden weil das eben so ganz runde sachen waren und ob die dann da so reingepasst hätten glaube ich fast nicht und dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden aber jetzt kommt natürlich gleich das ergebnis ich hoffe euch gefällt es genauso wie mir und wie gesagt schreibt mir gerne in den kommentar irgendwie rein was ich gerne mal aus testen kann was ihr von dem bild jetzt haltet lasst mir daumen nach oben da oder abo und ich freue mich dann sehr drüber und ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen sonntag und ich hoffe ihr seid nächsten sonntag wieder mit dabei und bis dann tschüss bis dann